Leute, es tut mir leid, danach zu fragen, aber es wäre mega korrekt, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Ich will mal schauen, ob wir vielleicht die 1000 Likes auf diesem Video schaffen würden. Es wäre mega cool, wenn ihr mal ein Like da lassen würdet. Ihr müsst nicht, ihr könnt eure Meinung immer noch ändern, aber es würde mich halt mega krass freuen. In diesem Video zeige ich dir einen mega einfachen XP-Gridd, mit dem du AFK richtig viel XP machen kannst. Ich habe das Ganze jetzt vor einer Minute gestartet und ich bin jetzt schon bei weit über 60.000 XP. Ich kriege pro Sekunde über 1.000 XP und ihr könnt auch viel mehr bekommen. Es ist mega einfach, ihr müsst nur einfach einen Knopf drücken und ich zeige dir in diesem Video, wie das Ganze funktioniert. Außerdem haben nur 10% der Leute diesen Kanal abonniert und wir haben die 260.000 Abonnenten erreicht und daher verlose ich diesen OG-Gutube-Account. Und wenn du diesen Account gewinnen möchtest, dann lasse jetzt einfach ein Like auf dem Video da, abonniere den Kanal und stelle ganz wichtig wie im Video die Glocke auf alle und kommentiere deinen Epic-Games-Namen in die Kommentare so oft. Ich werde das Ganze live auslosen, deswegen stelle die Glocke auf alle, damit du den Livestream nicht verpasst und diesen Account gewinnen kannst. Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist der Wies, vorhin im heutigen Video zeige ich dir einen mega einfachen XP-Gridd. Den Map-Code müsst ihr einfach nur genauso eingeben wie ich, einfach aus der Lobby raus starten. Ihr seht, ich kriege pro Sekunde um die 1000 XP, ihr könnt noch viel mehr bekommen. Ich mache das Ganze jetzt seit ca. 90 Sekunden und der ganze Glitch funktioniert unendlich AFK. Das ist mir sehr einfach, falls ihr euch wundert, wer das hier ist, vorhin ist einfach ein random Abonnent. Wie gesagt, jeder von euch, der Bock hat, kann mich gerne adden. Einfach bei Epic Games, Avis, Leerzeichen Avis eingeben, hier in die Suche, Avis, Avis, so heiße ich. Ich nehme jeden Einzelnen an, solange meine Liste noch nicht voll ist. Der auf jeden Fall, auf jeden Fall auf Bruderbasis meinen Creator-Code OG-Skin zusammengeschrieben im Itemshop eingetragen hat. Tragt den gerne ein, schickt mir eine FA und ihr könnt dann mit mir zusammen XP-Gridd machen. Wenn ihr hier auf der Map seid, dann spawnt ihr hier vorne, dann geht ihr einfach direkt hier zu diesen 1 gegen 1 Schild. Da könnt ihr euch orientieren oder gegenüber von dem Umzugsding da. Dann kommt ihr hier rüber zu diesem Creator-Code-Bundle oder zu diesem All-Creator-Code-Stator-Ding hier. Und dann seht ihr hier, dass man mit der Gruppe dieses Match öffentlich suchen kann. Dann seht ihr hier dran, hier ein Raw XD-Button. Und dann drückt ihr hier einmal den Aktivierungs-Button. Wenn ihr das gemacht habt, fangt ihr an AFK-XP zu bekommen. Ihr seht schon, er macht das Ganze auch. Ich habe jetzt hier schon fast über 150.000 XP gemacht in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Deswegen macht das gerne nach. Falls ihr keine XP mehr bekommt, einfach respawn. Und dann wieder hierhin kommen, wieder den Button drücken. Das könnt ihr mit so vielen Freunden machen, wie ihr wollt. Der Map-Code ist die ganze Zeit oben eingeblendet. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt und immer die Ersten sein wollt, die diese XP-Gridd zu sehen, könnt ihr jetzt sehr, sehr gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Edit mich gerne. Ansonsten seht ihr rechts drei weitere Videos. Vielen Dank für euren Support. Vielleicht schaffen wir auf diesem Video mal die 500 Likes, Freunde. Wenn du ein Liked da lässt, würde es mich auf jeden Fall mega krass freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Euer Wies. Ciao.